Hallo und willkommen bei Print Equipment. Ich bin Jenny und heute wollen wir dir zeigen, wie wir diese wunderbaren Mikrofaser-Vlies-Babydecken betrücken. Dafür brauchst du eine Babydecke und wie du siehst, ist sie auch schon vorsublimiert, was super ist für die, die keine große Presse haben. Daher haben wir nur einen kleinen Bereich von 18 x 30 cm, wo wir genau unsere Grafik einfach entwerfen können und verpressen können. Dafür brauchen wir natürlich unsere Babydecke, unseren Ausdruck und auch eine 10 mm Silikonschaummatte, die es auch online gibt. Die könnt ihr dann einfach zuschneiden auf die Größe der weißen Fläche, weil der Rest darf nicht auf die Hitzeplatten oder darf die Hitzeplatten nicht berühren, weil es sonst recht sublimieren könnte. So, daher die Silikonschaummatte. So, mein erster Schritt ist, nachdem ich etwas Schutzpapier auf meine Presse lege, dass ich meine Fließdecke etwas entfussele. Weil, wenn ich die nicht entfussele, könnte es nachher sein, dass es einige Verfärbungen in meiner Grafik oder in meiner Schrift gibt. Das wäre etwas unschön. So, dann nehme ich meine Fließdecke und meine Silikonschaummatte, lege solche ins Zentrum meiner Presse, meine Fließdecke darauf und hier bitte nochmals sicher gehen, dass keine Farbe absteht. Erster Schritt ist jetzt, oder zweiter Schritt sollte ich sagen, das Vorpressen meiner Decke für ungefähr zehn Sekunden, damit jegliche Restfeuchtigkeit aus meiner Fließdecke entweicht. So, das war es auch schon. Kurz und knackig. Mein Schutzpapier. Das laget sich jetzt gerade kurz liegen. Meinen Ausdruck. Den könnt ihr jetzt entweder genau einfach im Großformat drauflegen und dann festmachen. Wir können natürlich auch zuschneiden. Allerdings könnte es sein, wenn du das zuschneidet, dass man dann später eine Linie, dass eine Linie vom Presse sichtbar ist. Deswegen empfehlen wir dir, dass du das einfach einreißt. Genau, einmal. Hat ungefähr, das muss auch nicht perfekt sein, damit danach eine weiche Linie entsteht, die ja so gut wie nicht sichtbar ist. Genau. So, hier ist es. Und jetzt will ich drauf schauen, dass es natürlich zentriert ist und gerade. Fixiere es mit etwas hitzebeständigem Klebeband, wenn es will. Heute will es nicht. So, ein weiteres Schitztapier drauf. Und wir verpressen die Decke mit 195 Grad für ca. dreieinhalb Minuten bei mittlerem Druck. So, meine Presse ist gleich vorüber. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich habe mein Schutzpapier und ich möchte auch meinen Ausdruck gleich entfernen, damit keine Farbe zurück auf meine Babydecke zurück sublimiert. Und es sieht klasse aus. Ja, für weitere Produkte oder jegliche Fragen, die ihr habt, besucht uns gerne auf printequipment.de. Und mit dieser Decke wünschen wir dir viel Erfolg und Happy Printing!